Der Wechsel von Sascha Kalajcic zu Eintracht Frankfurt. Ja, hinter dem Deal wird die SGE mit ziemlicher Sicherheit in Kürze einen Haken machen können. Denn mittlerweile hat auch Wolverhampton-Trainer Gary O'Neill bestätigt, dass Kalajcic den Verein auf Leihbasis Richtung Eintracht Frankfurt verlassen wird. Das bedeutet also, dass man sich auf die Verpflichtung des Wunschstürmers freuen darf. Allerdings habe ich leider auch eine schlechte Nachricht an der Stelle. Naja, voraussichtlich schlechte Nachricht. Denn eine Kaufoption wird es, so wie es aussieht, nicht geben. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, es kann natürlich auch anders kommen. Das wäre dann umso besser. Aber O'Neill sagte eben auch, dass man die Situation im Sommer neu bewerten möchte. Und eine solche Aussage deutet meistens darauf hin, dass es keine Kaufoption geben wird. Bei Wolverhampton spekuliert man wohl darauf, dass Kalajcic durch regelmäßige Spielpraxis zu seiner alten Form findet. Sodass man dann entweder selbst wieder Gebrauch von ihm machen wird oder ihn dann eben teurer verkaufen kann. Da der Wintertransfermarkt allerdings ein sehr, sehr schwieriger ist, würde ich trotzdem sagen, dass sich dieser Transfer potenziell für Eintracht Frankfurt sehr lohnen kann. Einfach um die Zeit bis zum Sommer mit einem Spieler, der Bundesliga erfahren ist und eben auch das gesuchte Profil mitbringt, zumindest zu überbrücken. Stand Aufnahme gilt es noch den Medizincheck zu überstehen und sollte da nichts Unerwartetes passieren, wird Kalajcic dann auch zur Mannschaft hinzustoßen und alles andere wird man dann sehen. Aber sollte sich herausstellen, dass es doch eine Kaufoption geben wird, dann werde ich euch natürlich nachträglich noch informieren. Alles in allem bleibe ich aber dabei, das ist jetzt nicht der allerschlechteste Deal. So hat man dann die nächsten sechs Monate, wenn es auch nur halbwegs gut läuft, Ruhe auf der Position und dann kann man im Sommer, wo das Transferfenster nicht nur länger, sondern vor allem auch deutlich unkomplizierter ist, dann nach einer dauerhaften Lösung Ausschau halten. Aber ihr könnt mir da natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Fändet ihr es schlimm, wenn Kalajcic ohne Kaufoption kommen würde oder sagt ihr, eine Kaufoption wäre schon Pflicht gewesen? In sehr konkreten Gesprächen, so berichtet Sky, befindet sich der BVB bezüglich Can Uzun. Das 18-jährige Talent des 1. FC Nürnberg soll ganz oben auf der Wunschliste des BVB stehen. Ein Wechsel, so heißt es, sei allerdings erst dann Thema, wenn der kommende Sommer ansteht, denn für den Winter erhält Uzun keine Freigabe. Als Ablöse werden weiterhin rund 10 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Allerdings fragt man sich natürlich, was der BVB eigentlich mit Can Uzun anfangen möchte, zumindest auf den ersten Blick. Denn ja klar, er verfügt über ein sehr hohes Talent. Immerhin gehört er jetzt schon zu den besten Spielern der 2. Liga und als 18-Jähriger bringt er auch ein sehr, sehr großes Entwicklungspotenzial mit. In dieser Hinsicht muss man sich selbstverständlich mit Can Uzun auseinandersetzen. Allerdings ist es ja so, dass der BVB sowohl im Sturm als auch auf der 10er Position, wo Uzun eingesetzt wird, sehr gut besetzt ist. Das sind eben die Positionen, wo der BVB gefühlt am wenigsten Bedarf hat. Im Sturm sehe ich ihn natürlich noch nicht stärker als Niklas Füllkrug. Und auch Mokoko, sollte er mal fit bleiben, ja den sehe ich nicht weniger talentiert. Und auf der 10 hast du neben Julian Brandt und Reus auch noch einen gewissen Gio Reyna, von dem ich persönlich sehr, sehr viel halte. Und der auch noch auf seinen Durchbruch wartet. Und wenn er spielt, muss er ja meistens auf außen ran, weil in der Zentrale personell kein Platz ist. Und auf außen ist er halt nicht optimal aufgehoben, sodass ich dachte, spätestens wenn Marco Reus aufhört, dann wird Gio Reyna in der Zentrale seine Chance bekommen. Jetzt ist es so, dass das Einzige, was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass sich der BVB im Sommer womöglich von Gio Reyna trennen wird. Bekanntlich läuft sein Vertrag ja nur noch bis 2025. Und wenn sich seine sportliche Perspektive in der Rückrunde nicht verbessert, dann gilt eine Verlängerung als eher unwahrscheinlich, sodass ein Verkauf im Sommer anstehen würde. Hinzu kommt ja auch noch die Tatsache, dass die Zukunft von Marco Reus mehr und mehr ungewiss ist. Auch hier besteht ja die realistische Möglichkeit, dass der Vertrag nicht erneut verlängert wird. Ja, wir sprechen hier jetzt natürlich von einigen Vents, die eintreffen müssten, damit der Transfer von Usun Sinn macht. Allerdings sind das auch Vents, die tatsächlich so kommen könnten. Ich meine, wir blicken jetzt nochmal auf Gio Reyna. War die meiste Zeit in der Hinrunde fit, kam aber nur zu 11 Einsätzen, zu 318 Minuten. Meistens wurde er über die letzten 30 Minuten eingesetzt. Oder er kam überhaupt nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten auf der Bank. Das war ganze 8 Mal der Fall. Und damit kann er natürlich nicht zufrieden sein. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich es sehr schade finden würde, wenn man das Kapitel Reyna beenden würde. Denn Reyna ist für mich einfach ein Riesentalent. Und wenn er spielt, dann zeigt er dieses eigentlich auch. Ich denke nur an die letzte Rückrunde, wo er als Joker wirklich grandios war, den BVB auch oft gerettet hat. In der laufenden Saison hat er natürlich so wenig Spielzeit erhalten, dass es auch als Joker nicht so wirklich klappt. Aber wenn man dem Jungen mal wieder etwas mehr Zeit gibt, dann glaube ich auch, dass er liefern wird. Und dann ist er für mich auch der eigentlich optimalere Reus Nachfolger. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Wenn es am Ende nicht sein soll und dann am Ende ein Jan Uzun kommt und der performt dann beim BVB, dann ist das denke ich auch okay. Denn eins kann man denke ich schon sagen, nämlich dass Jan Uzun definitiv ein sehr spannender Nachfolgekandidat ist. Der Junge hat auf jeden Fall richtig was drauf. So, Sancho Update, die eine Millionste. Und das Thema wird wirklich langsam sehr lächerlich. Zumindest, wenn die Medienberichte stimmen. Denn hier berichtet jetzt der Westen, dass der nächste Privatflug gecancelt wurde. Eigentlich, so sah der Plan vor, sollte Sancho längst beim BVB unterschrieben haben und zum Team gestoßen sein. Naja, Patrick Berger berichtet, dass Sancho immer noch auf grünes Licht wartet und dass es weiterhin keinen finalen Durchbruch in den Verhandlungen gibt. Mittlerweile kann man denke ich auch getrost davon ausgehen, dass er nicht nur ins Trainingslager Nachreisen braucht. Das Thema dürfte jetzt dann auch langsam durch sein. Und wir Außenstehende fragen uns langsam natürlich auch, was da los ist. Die Medien haben mittlerweile über einen Stimm berichtet, eine Kaufoption will Manchester United dem BVB auf keinen Fall gewähren. Diese Information ist auch von Fabrizio Romano bestätigt. Was bedeutet, dass das so wahrscheinlich auch stimmen wird. Zudem ist es so, dass Manchester United eben darauf hofft, dass Sancho beim BVB durch Spielpraxis seinen Wert wieder nach oben korrigieren kann. Damit man ihn im Sommer dann im Best Case aus United sich teurer verkaufen kann, um eine gewisse Schadensbegrenzung hinzubekommen. Was auch absolut verständlich wäre, denn Sancho war nun mal ein sehr teures Missverständnis. Weiter machten auch gestern Meldungen die Runde, dass Sancho wohl selbst immer noch auf seinen Durchbruch bei Manchester United selbst hofft. Wo die Chance bei einem Ten Hag aus möglicherweise wirklich nicht mal bei 0% wäre. Aber sind wir mal ehrlich, nach den letzten Jahren und dieser Suspendierung erscheint das dann doch eher unwahrscheinlich. Ich bleibe hier weiterhin bei meiner Vermutung, dass der BVB zwar Sancho gerne zurückholen würde. Aber ich glaube einfach, dass man mit den aktuellen Bedingungen, so wie sie jetzt gerade sind, schlicht nicht einverstanden ist. Und das kann man so auch nicht sein, denn so gar keinen Zugriff zu haben, das macht auf lange Sicht gesehen natürlich nur wenig Sinn. Mich erinnert das Ganze ja auch so ein bisschen an die Harry Kane Geschichte, habe ich ja gestern schon gesagt. Sehr viele Psychospiele. Zu viele, wenn es hier aus Dortmunder Sicht nur darum ginge, eine normale Laie über die Bühne zu bringen. Und definitiv auch zu viele, wenn es hier wirklich nur um irgendwelche Details einer ganz normalen Laie gehen würde. Zurück in die Premier League ziehen wird es übrigens Timo Werner. Wie Sky berichtet, steht der 27-jährige Stürmer von RB Leipzig vor einem Wechsel zu Tottenham. Die Gespräche, so heißt es, stehen vor dem Abschluss. Die Rede ist von einer Laie bis zum Saisonende. Zieht man Informationen der Bild hinzu, steht auch eine eineinhalbjährige Laie im Raum. Und dass Tottenham wohl auch das Gehalt von Timo Werner vollständig übernehmen wird. Und ja, in Leipzig konnte sich Werner zuletzt nicht mehr wirklich durchsetzen. Von daher macht ein Wechsel an der Stelle auf jeden Fall Sinn. Dass es ausgerechnet in die Premier League geht, nachdem es bei Chelsea eher nicht so gut geklappt hat, ist dann schon ein sehr spannender Schritt. Der Plan aus Werners Sicht sieht dabei vor, sich mit sportlich guten Leistungen bei einem anderen Verein wieder für die Nationalmannschaft zu empfehlen, um irgendwie noch auf den EM-Zug aufspringen zu können. Ob das klappen wird, ja, das sehen wir dann. Bis dato spielte Werner unter Nagelsmann noch überhaupt keine Rolle. Und Stand jetzt erscheint es auch eher unwahrscheinlich, dass sich daran etwas ändert. Aber schauen wir mal, wie er sich bei Tottenham machen wird. So, und an der Stelle soll ich wie immer gesagt, ich halte euch natürlich bei allem weiter auf dem Laufenden. Wenn es was Neues gibt, dann werde ich euch darüber berichten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.